hallo und herzlich willkommen bei unserem kleinen aber feinen erfolgs raid im palace der nerobar bei dem ersten bus ulgorax mit dem erfolg schleim macht eben doch glücklich hier ist der erfolg gar nicht so schwer ihr seht da hinten diese kleine würmchen mit totenkopf magiert das darf nicht sterben das darf keinen schaden aus irgendwelchen quellen bekommen deswegen stellt etwa ein pala dk oder geger ab dass falls netze kommen die netze weg machen könnt durch ihn bis zum kampfenden überlebt so 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 so